Die Schweizer Nati kämpft an der WM 2022 ab 20 Uhr gegen Portugal um den Einzug in den Viertelfinal. Now, CH hält sie im Live-Dicker auf dem Laufenden. Siegen oder Fliegen Die Schweizer Nati spielt heute, 20 Uhr, an der WM 2022 um den Einzug in den Viertelfinal. Mit Portugal wartet jedoch ein harter Brocken auf Xhaka und Co. Nach dem starken Spiel gegen Serbien gehen die Schweizer mit viel Selbstvertrauen in den Achtelfinal. Trainer Morat Jakin sagt am Dienstag an der Pressekonferenz, die Mannschaft hat unter mir eine starke Entwicklung gemacht. Wir haben gezeugt, was wir gegen große Teams dominieren können. Stürmer Breel Mbolo gibt sich zuversichtlich, wir wollen weiter, jede Mannschaft hat hier das höchste Ziel. Das Team ist bereit, wir müssen kämpferisch und solidarisch agieren. Personell kann Trainer Jakin aus dem Vollen schöpfen. Golian Sommer und Verteidiger Nico Elvedi sind wieder fit. Beide haben das Serbienspiel mit einer Erkältung verpasst. Wir sind bereit, die Krankenspieler sind wieder an Bord, so Mori. Auch einem Einsatz von Captain Granitsocke steht nichts im Weg. Der Mittelfeldregisseur musste wegen seiner abfälligen Geste gegen die Serbenbank zuletzt zittern. Die FIFA zieht jedoch keine Konsequenzen. Auf der Seite der Portugiesen gibt im Vorfeld der Partie vor allem Cristiano Ronaldo zu reden. Der Superstar kann an der WM 2022 bisher noch nicht überzeugen. Bei seiner Auswechslung gegen Südkorea lässt er seinem Frust freien Lauf. Ob er gegen die Schweiz von Beginn weg spielt, ist unklar. Trainer Fernando Santos sagt, ich werde die Mannschaft aufstellen, von der ich denke, dass sie spielen sollte. Das mache ich schon mein ganzes Leben lang. Klar ist, auch ohne Ronaldo verfügt Portugal an der WM 2022 über ein Weltklasse-Kader. Bruno Fernandes sticht im starken Kollektiv bisher heraus. Oldipepe hält die Abwehr zusammen.